Wo bist du? Guck einfach, zack du Pisser leg dich nicht mit mir an Ja Gattacke Ja 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 da bist du Hallo Zoe, guck mal ich hab Radetz mitgebracht Wie oft? Greift er mich, greift er mich So, äh, bereit? Go! Ich spawn alle drei jetzt, Alter, komm mal her, ihr könnt mir gar nix, Alter Hab alle drei auf einmal gespawnt, ne? Erster Tod Ich hab nen Scouter Echt? Ja Alter, nein, wo sind die? Einer tot, zwei tot Die spawnen immer hinter dir Ja, ich hab nen Scouter Ich hab auch nen Scouter Wo sind jetzt die Space Pods? Die sind abhandengekommen Ne, hier ist einer, zwei Alter, du kriegst einfach mal zwei Level für den Ich gönn mir gar nicht Ich hab ja... Ich hab zwei Scouters, ne? Ich hab, ich hab einen Ich hab fünf Space Pods mit mir da Ich gönn mir nicht, Mann Ich gönn mir nicht Ich hol mir die gar nicht Warum? Einfach mit? Wir haben doch zwei Ist egal So, warte Ich will deine Kampf-Power testen Kampf-Power testen, Alter Junge 48.000 hast du Okay, ich hab 80.000 Oh, diese Sounds, Alter Ich hab fast 100.000 Distance, BP-Reader Ey, bei mir... Muss ich im Saiyan? Muss ich im Saiyan? Ey, bei mir wird gar nichts angezeigt BP-Reader? Was ist denn das? BP-Reader ist Battle-Power-Reader Da musst du in der Nähe sein von einem... Ja, du musst es nochmal Suck mal nochmal F4 und dann nochmal Mach ich doch die ganze Zeit Hä? Das zeigt nichts an bei mir Greenscourter Tier 1 Warte, soll ich nochmal einen anderen? Äh, soll ich Zui spawnen? Ich weiß immer noch nicht, wie der ausgesprungen wird Ist okay Ja, mach... Warte, ich flieg hoch Ich flieg hoch Ne, ich schlag dir mal Ne, der kriegt doch erstmal... Das hält der aus Warte, ich will mir seine Battle-Power angucken Warum kann ich seinen Battle-Power nicht lesen? Ich kann seine... Alter, warte, ey 18.000?! Der hat eine Battle-Power von 18.000 Ja, okay, reicht Zui, Alter Ja, der hat eine Battle-Power von 18.000 Also nicht gerade stark Weil ich hab irgendwie... Aber auch nicht der Schwächste Ja Habt ihr tot? Ich hab die Doria Ja Sag ich Doria Doria schon spawnen? Äh... Ja, kannst du machen Der hat ne Battle-Power Läuf Wieso ist mein Scouter jetzt wieder weg? Ey, ist dein Scouter auch weg? Ja Ne, ich hab den nicht auf WTF? Guck mal, wie... Ey, du Huren so Geht doch nicht auf mich Tot Ich krieg immer die Items, Alter Warte, ich will mir jetzt mal meinen Scouter holen Weil das kann nicht... Das kann nicht angehen Warte kurz bevor du den spawnst Weil ich will ja die Battle-Power hier zeigen Was ist denn los? Ja, bei mir geht die Battle-Power gar nicht Kann nicht sein, dass die auf einmal weg ist Bei mir geht die gar nicht, Alter Distance geht nur Ah, jetzt! Du hast 84.000 Soll ich dir mal einen Scouter für mich geben? Ne, ich hab einen jetzt Ich hab mir einen geholt Alter, warte, ich muss... Ey, wenn du eine Zensubina hast, dann geht die nicht weg, ne? Doch, klick doch irgendwo jetzt drauf, dann ist sie weg Das ist ein Bug Echt? Schade, egal, ich klick da trotzdem nicht auf So, dann, äh, ja... Du kannst ja auch nicht mehr essen, das ist dumm Na, egal, trotzdem Uah! Du Pisser Warte, wie viel hat der? Ich kann seine Battle-Power nicht ablesen Na weg, Alter Geh doch weg! Warte, ich halt den ab, warte, ich halt den ab Schlag den nicht, ich schlag den nicht mehr Dann kommt der noch zu mir Ey, mein Scouter ist kaputt Ja, siehst du Ah, weil seine Battle-Power zu stark ist Ah! Euch, dann wäre das aber cooler, wenn das mit so einer Explosion weggehen würde Ja, ja, ja... Ach so, ja, okay, da muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich den gecheatet habe So check ich das gar nicht, Alter Warum ist denn 68.000 oder 95.000 nicht zu stark, aber so eine läppische 20.000 oder wieviele die da haben zu stark Weil das dein Freund ist, sag ich mal Ja, und? Ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht Das ist dumm Ah, deswegen sind die auch, okay, dann werfe ich den jetzt aber weg Äh, denn dann halten die ja gar nichts aus, dann brauchen wir auf jeden Fall stärkere Scouter Die kann man sich halt auch craften, dafür brauchst du halt den Scouter Du musst dann diese Alien-Tech-Chips machen Genau, wir können mal irgendwie, wir brauchen Kaktus Green Da hinten ist Dann nimm mal was mit Dann brauchen wir noch Redstone, Eisen und... Redstone haben wir, haben wir auch Gold, haben wir auch Dann können wir uns nämlich diese Alien-Tech-Chips machen und aus den Scoutern Krassere Scouter machen oder Dragon Ball Radar und das machen wir uns nämlich Wie geht überhaupt ein Dragon Ball Radar nochmal? Ah, mit Alien-Tech-Chips, das weiß ich nicht Ja, Alien-Tech-Chips, Eisen und Varanei-Crystal Varanei, ja So, dann, du kannst hier nicht, also ich geh erstmal aus dem Seiten-Mode wieder raus Wieviel soll ich denn zöger mitnehmen? Nimm wirklich ganz viel, einfach mal mit, weil wir können nie genug von diesen Alien-Tech-Chips haben Ich dachte, das ist die Scouter Obwohl ein bisschen kannst du noch da lassen, damit wir die halt immer wieder anfangen Können die doch auch oben anfangen Ja, wir können daraus auch Scouter machen, klar, aber ich finde Scouter jetzt nicht so unbedingt Ich nehme noch die beiden mit jetzt Als Scouter würde ich für den Kampf vor Freezer machen, oder? Wir machen den Kampf schon vor den Kampf? Naja, aber früher würde ich den jetzt nicht machen Ich flieg dann schon mal hoch, ne? Ja, ja Guck mal, ich bin schnell Hinter dir Ja Guck mal, Alter Alter, guck dir die Cyberman an Wieso? So, die kriegen jetzt erstmal ne Genki-Dama Alter Lass mich die mal bitte, lass mich die töten, bitte Yeah Okay, jetzt kannst du Guck, 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 guck Wo bist du? Guck einfach, zack, du Pisser leg dich nicht mit mir an Da hinten bin ich gar nicht Doch, ich hab alle die Halbdings, Alter Jawohl, richtig viel Cyber-Left-Over wieder Alle einsamen Alle einsamen Alle einsamen Jo, wie viel hab ich geht? Ach du Kacke, da sind noch viel mehr Nach einem Kamin haben wir ja schon down, das ist so viel langweilig Alter, guck mal wie viele Ne, ich bin jetzt wieder oben Jo, Alter, ich kann das gar nicht kontrollieren, wie schnell Boah, fack, 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 fack Alter, die sind trotzdem richtig stark und zieh mir 5 von der Leiste ab, das ist Kommt das da unten bei dir an, warte mal Ich schieß Alter, ich muss gucken, von wo das kommt Oh, ich hab Kamehameha-Time-10 gespamed Echt nichts Ist das oben bei dir an, irgendeinem bei dir an Nö, ich hab nichts gemerkt Von Cyber-Left-Oven hab ich wieder richtig viel Kommst du dann hoch? Ich komm in sofort einen Moment Ah fuck, jetzt sollen die wieder fechten, Alter Komm doch, lass sie doch in Ruhe, diese Scheiße Ja, ich bin weg, ich muss weg Mit dem brauch ich gar nicht auseinanderzusetzen Schade, ich kann den Zinsupen echt nicht essen Ich hab nicht gehabt, dass sie Nein So, bitte, was machst du hier oben? Ich wollte eigentlich, dass du hochkommst und du, ich so Nein, ich hab dich schon erwartet Richtiger Pisser So Ey, wir brauchen eine Truhe noch Zack Das hat dir auch was damit zu tun Wollen wir jetzt beenden? Ja, warte, ich mach noch eben eine Doppeltruhe Oh Junge, wie dumm bin ich denn? Ziemlich Sehr gut Es tut mir sehr leid, Mann So, da tun wir dann noch mehr Saga-Items rein Würde ich sagen Ähm, das raus So, wir brauchen ein bisschen Kohle Da rein Äh, guck mal hier Die Space-Bots an Warte, da tun wir Tun wir die auch nochmal da rein Alter, wahre Nightcrystal haben wir richtig viel Guck, Alter, wie viele Space-Bots haben wir? Woher? Ja, ich weiß Ja, ich weiß Guck dir an Gönnung Hm, Daniel, du lass mal da noch ein bisschen unwichtigere Sachen Wir haben nur noch drei Senso-Beans, ne? Drei? Ja Wenn du keine mehr hast Ich höre keine mehr Ja, dann müssen wir in der nächsten... Wir sagen einfach mal jetzt, was euch in der nächsten Folge erwartet Dragon Ball Suche Bisschen Also wir machen jetzt, ich mach jetzt gleich erstmal noch Dragon Radar Was machst du da eigentlich? Ich würd's gar nicht wissen, ey Ich hab die gesortiert Achso Kochscheren die Tore in die Doppelkiste Dann ist das alles gleich viel Warte, da haben wir echt Redstone? Wir haben gar keinen Redstone Lol, ey, wenn die Rüstung ein bisschen kaputt ist Dann sieht die von hinten so ein bisschen kaputt aus Ey, ja, ich seh's, Alter, auch von vorne Und bei mir? Nein Bei dir nicht, bei mir Ja, ich weiß Ey, wir haben aber keinen Redstone Nein, dann war das auf dem Umgespitzel, aber dass ich den Redstone hatte Bösser Ja, okay, dann in der nächsten Folge doch Kochkester, Kochkester Oh, du bist so süß, ne? Ich weiß, hey Ey Alter, wenn wir Gerade jetzt wird noch so kassieren von uns, ne? Ich schwöre Der kriegt so viel Guck dir an Wir haben so viele Items Ja, wie gesagt Oh, Junge, du bist so... Ich will auch Bäm! Ja! Ja, nächste Folge, ähm Guck mal, ich spam Nein, spam nicht Alter WTF Geht für dich Ja, in der nächsten Folge Ich darf jetzt sonst ausreden Ja Ja, in der nächsten Folge, wie gesagt Was hat sich gesagt? In der nächsten Folge Mehr weiß ich nicht Genau, in der Höhle, dann Dragon Ball war da und dann Bisschen Dragon Ball suche wieder, weil, ne? Ist so Ja, bis dahin, haut da rein, Leute Bis dann und... Ciao! Esst Gemüse, nicht so viel Dragon Balls Ist so